hallo und herzlich willkommen bei alexanderlp let's play um die zwei mit der karten allein lochensbach wir fahren von ja lochensbach bahn scheids bahnhof nach westendend und ja sagen wir ungefähr mal 36 37 minut ja genau oder so haben wir ja gleich sehen jetzt drücken wir mal auf der rote 2 hallo hallo ja zu spät jetzt haben wir durch nächste haltestelle hauptbahn nächste haltestelle bahnhofstraße rathaus hallo 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 nächste haltestelle gesundheitsstraße ас gar nicht jetzt werden auch gelb ja So und jetzt haben wir Voraus weiter und noch kein ist fein Busstraßen jetzt benutzen wir den Busstraßen Fahrt Nächste Haltestelle hoch so ist besser Yo Voraus geht das Tepo Hallo Hallo Ach hätten wir nicht halten müssen Scheiße egal sorry kleiner Ausdruck hier bleiben müssen ja wie ihr seht fahrt hier hier hält die an die R80 die Kurzstrengung die Kurzläufer Nächste Haltestelle Robert Daumplatz Wir fangen gerade aus weiter Tadam Bauer sehr gut gemacht Hallo 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 mein Freund Halt 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 Nächste Haltestelle Pestalozzi Straße Halt autonom blogge 과 wir aus incom ein das Kon K Der Sollte Türen bitte zumachen, das TA ist Türf, ja wir fahren auch bis zur Westend, dann endet natürlich könnt ihr euch die Karte runterladen, es macht mega Spaß, verschiedene Linien fahren und ja genau hallo hallo Nächste Haltestelle, Westende, Endhaltestelle, bitte aussteigen alles hier halten ja ja das wars unser Video also unsere Fahrt heute ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ihr gefallen dürft, schreibt einen Kommentar über dieses Video abonniere mich, die Neulinge äh, Neulinge ähm schreibt mich bei Facebook Fanpage ne so heißt es besucht mich bei Facebook Fanpage ich sage tschüss bis zum nächsten Mal eure alles anmelden ade nicht vergessen abonnieren neulinge Mädels und Jungs ich würde mich jedes Mal freuen, wenn neue Abonnenten dazu kommen besucht mich bei Facebook Fanpage so wie ja wie ihr euch kennt könnt ihr auch mich auch anschreiben ich sage tschüss bis zum nächsten Mal nächstes Mal kommt wieder ja ähm ich bin im Timurator und oder ein anderer von OMSI die sagt tschüss ade ich freue mich bis dann bis zum nächsten Mal